ich glaube dass ein bürgermeister klare ansagen machen muss ich möchte einen anderen stil prägen ganz wichtig dazu müssen wir sehen wie viel geld da ist nur das ausgeben was man in der tasche hat für sehr viel mehr wird es gar nicht reichen es ist wunderbar ruhig eine wilde wiese vielleicht morgens auf dem golfplatz eine runde und da kann ich sehr gut abschalten und entspannen da haben wir ja schon programme auf den weg gesetzt sage nur uns fehlen 196 kindergartenplätze wenn sie dann nur jemand sind der den leuten die lebensrealität erklären will dann passt das natürlich nicht und auch in der burmende fragen sie damals schüler wie es dort aussieht ist natürlich sehr schwierig wenn sie einen sechsjährigen zuhause haben sehen sie ein gutes vorbild sein da ist glaube ich in letzter zeit viel vertrauen verloren gegangen oh je